Ich lerne Deutsch. Nummer 6699 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es war ein faires Spiel. Es gab weder gelbe noch rote Karten. Es war ein faires Spiel. Es gab weder gelbe noch rote Karten. Ich sitze am elektrischen Piano und komponiere ein Lied für Elena. Ich sitze am elektrischen Piano und komponiere ein Lied für Elena. Der Handwerker war da. Dachrinne und Fallrohr wurden erneuert. Ich freue mich, dass wir auch diesmal wieder einer Meinung sind. Wir werden es so machen. Ich freue mich, dass wir auch diesmal wieder einer Meinung sind. Wir werden es so machen. Welche Farbe haben die Tassen in deinem Geschirrschrank? Welche Farbe haben die Tassen in deinem Geschirrschrank? Welche Farbe haben die Tassen in deinem Geschirrschrank? Die Idee war genial, aber die Umsetzung ist mir nicht so gut gelungen. Ein Teddybär kennt keine Zeit. Er ist immer für eine Umarmung bereit. Er ist immer für eine Umarmung bereit. Ein Teddybär kennt keine Zeit. Er ist immer für eine Umarmung bereit. Er ist immer für eine Umarmung bereit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Er ist immer für eine Umarmung bereit. 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 Er ist immer für eine Umarmung bereit.